Im Jahr 2050, so modern und fein, da wird Deutschunterricht ganz anders sein. Keine Bücher mehr, nur virtuell, die Hologramme werden sehr aktuell. Die Schüler sitzen von dem Screen, entdecken die Sprache begreifenden Sinn, mit Tabs ungünstig gelehrt und gelehrt, der Unterricht wird zur digitalen Pracht. Grammatikregeln werden interaktiv gelehrt, mit KI-Unterstützung wird jeder Fehler entfernt, die Schüler sprechen fließend und klar. Deutschunterricht 2050 ist wunderbar. Doch trotz der Technik, wir möchten gestehen, der Mensch steht im Mittelpunkt, so ist die Idee. Die künstliche Intelligenz als Helferlein im Dachunterricht, so soll es auch weiterhin sein.